Danke für die Bits, Patricia, die ich nicht mehr so nenne jetzt, weil sie mir Bits geschenkt hat. Ultimate ergänzendes Worte. Spielt keine Rolle, es geht ja nur darum, die Freundschaft hochzupushen. Na, Kampfabwehr plus, ja, bald. Da wenn noch... Aber was fehlt denn da noch? Lisas Handlanger. Jämmerliches Betteln. Zui, oder wie der heißt, oder? Könnte da noch fehlen, theoretisch. Ja, aber es ist besser geworden von der Temperatur her tatsächlich. Deswegen habe ich mir mein T-Shirt wieder über meinen güldenen Frachtbody gezogen. Und ich denke... Aber es ist... Mir fällt auf, dass es dir aufgefallen ist, was bedeutet, du magst es, wenn ich nackig bin. Ja, das war's ja schon, gell? Mehr kann ich ja gar nicht machen. Ach doch, nee, die... Blablabla sammeln. Auch interessant, gell? Ja, jetzt kommen wir dann... Tatsächlich zu den Cell spielen. Oder... Nee, das mache ich dann später. Ich habe gerade überlegt, ob ich... schnell nochmal diesen Trick anwende, um Sarbons Medaille auf Gold zu bringen. Beziehungsweise das Freundschaftslevel hoch. Aber das... mach er dann... später, oder? Ich muss eh gucken, wo mir das dann noch fehlt. Digga, ich bin der Rotze Gohan, alter. So, alle drin. Ich mag die Animation, wie ihr diese Kugeln in der Hand hält. Finde ich, haben sie cool gemacht. Ich habe besser die Kugeln geschlagen, wenn ich zurückkomme. Weiß nicht, was er meint. Ich kann nicht lesen. Da ist was. Wie ist denn das da oben gelandet? Überhaupt. Was sind das hier für Berge? Das muss sein, was Bulma gesprochen hat. Zwei. Nur eine dritte. Ich hätte jetzt gedacht, da oben ist noch irgendwo eins. Das hätte ich jetzt den Spiele... Ah, da. Den Spielerentwicklern so zugetraut, dass die das da machen, dass da oben dann noch ein Drommelig weiter... Und da machen die dritte. Ist das dein Ernst? Bei Dragon Ball habe ich mir vorgenommen, coole Thumbnails zu machen in YouTube. Deswegen ist es noch nicht da. Aber ich habe einfach keine Zeit, da richtige Thumbnails zu machen, die cool aussehen. Für jeden Part einzeln auch noch. Hä, wo ist denn das jetzt hin? Und was ist das? Da hat was geleuchtet. Ui. Super. Da ist auch noch eine Erinnerung, sehe ich gerade. Der Opa Gohan. Haben Sie letztens im Fernsehen gesehen, die Folge? Wo der kleine Gucke das erste Mal seinen Opa Gohan trifft. Bei Uranaipfaza. Okay. Das sieht ziemlich gut aus. Oh mein Gott, ich liebe Pimmel! Was ist das? Das ist das? Machen wir glatt. Das Haus ist wirklich großartig. Es ist großartig. Hallo, Bluba. Die Anja ist in TikTok. Wieso ist sie... Ja gut, dass sie komisch ist, das wusste ich ja schon lange. Hallo Anja, wie geht es, wie steht es? Wie läuft das Geschäft? Die Anja ist gut. Ich bin ziemlich sicher, dass er safe ist, aber, du weißt, du kannst nicht zu sehr vorsichtig sein. Also, möchtest du ein bisschen bleiben? Oh, kein Problem. Also, das ist ein Android. Ist auch drüben. Und, man muss ihm zugute halten, er hat heute noch kein Geld zum Fenster rausgeschleudert. Das heißt, ihr könnt zusammen was essen. Du hast einen bösen Blick bekommen. Ja, von mir auch. Kannst du mal zu Simi hingehen, ihr an den Arsch klatschen und sagen, Grüße vom Zocken? Und? Oder ihr einfach während sie gern mit dem Finger so im Boden ist, das finde ich auch lustig. Voila! Hm. Analyzing Situation. Er ist online! Hey, du! Hast du einen Namen? Ich bin Android 16. Da haben die da einen Drama gemacht. Ich hab gesagt, du sollst dir auf den Arsch hauen und schöne Grüße von mir ausrichten. Oh Gott! Er ist zurück! Er hat mich. Er hilft uns, dich zu fixieren! Gohan! Gohan! Searching. Dataprofile gefunden. Gohan. Son of Goku. Hey now, Mister! Just because he's Goku's Son, doesn't mean you have to terminate him. He is irrelevant. My target is Goku, not his offspring. That's so. Okay. I guess I can live with that. Hm. He's staring at me. Why? Doctor. Yes? I wish to run a field test in the nearby forest to gauge this body's functionality. Hm. Well, I don't see a problem with that. Come with me, Gohan. Your assistance may be required. Doch, mach mal bitte. Hau mal voll drauf. Really? Um, okay. Sorry kid, I'm shooting him. He should be alright. But we just restarted his systems and you never know what could happen. Sure thing. I will go on ahead. Find me in the forest. Counting on you, Junior. Right. What? Can you make Gina's number clear? 후보 Drag. Watch it. Let's do that I can. Let's go to the other shop. Oh yeah, do you want to be in the open space. Are you going to the other shop? Mach that yourself. Sorry. Did you in the open shop to the other shop ? �one? Die hat mehr Arsch als du. Oh, das wusste ich nicht. Egal, dann fass deinen Arsch an und sag schöne Grüße von Zocki. An dich selbst. Ihr habt Schweizer zu Besuch? Oh, da verdient ihr aber gut. Die haben Geld. Schweizer können uns Deutsche einfach kaufen. Als Haustier quasi. Ich wäre gern ein Haustier von so einem Schweizer. Hast du ausgesorgt? Oh, das ist der Keeper. So, geh in den Wald und habe Sex. Hä, da bin ich doch, hä? Ah, gibt's jetzt gleich wieder äh, Les zum Sex. Könnt ihr uns nicht mal bildhaft dran teilhaben? Das wäre mal nett. Kommen die extra zu euch rüber, die Schweizer? Wie ist das Körper von deinem? Hm. Satisfaktor. Diagnostik indikieren 100% Funktionalität. Ich bin froh, dass du das hörst. Hm. Oh. Ha. So, möchtest du Tiere? Die Tiere? Affirmativ. Sie setzen mich auf Ease. Ich mag Tiere auch. Allerlei Dinge interessieren mich eigentlich. Ich hoffe, dass ich irgendwann ein Schöler sein werde. Ein guter Ziel. Ich bin sicher, dass du einen exemplarischen Schöler bekommst. Doch, kannst du. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Muss ja auch kein 4K sein. Das heißt, ihr könnt jetzt sofort in die Schweiz flüchten. Das ist ja cool. Das ist meine einzige Direktiv. Ich habe keine anderen Use. Als Ergebnis wurde ich defektiv und ausgelöst. Hä? Ich leute Konflikt. Deshalb, als Weapon, bin ich defektiv. Das ist keine Grund, dich zu schließen. Wie hässlich denn sein Sohn war. Oh Gott! Oh Gott, bitte nicht! Habe ich mich erschrocken, Shit. Ich habe keinen durchtrainierten Körper. Ich habe Muskulatur in den Beinen und in den Oberschenkeln, weil ich Berge hochgehe, aber alles drüber ist nicht trainiert. War ein bisschen süß. Oh, danke. Ja, ich habe mich tatsächlich kurz... Damit habe ich nicht gerechnet. Eigentlich wollte ich sagen, Ist euch mal aufgefallen, dass jeder Trottel in diesem, äh... In dieser Welt solche Roboter hat, die alle anderen töten? Die scheinen ja hier, äh... Für erschwingliches Geld kann man die hier wohl kaufen. Ich bin einfach mal auch hin und wieder süß. Nein, kann man nicht. Ich bin ein bisschen doof, was sowas angeht. Die Leute sind krassierer, als ein dog in einer Hubcap-Faktorie! Die Schreie neutralisiert. Ja. Geh auf. Ich bin dankbar, für eure Unterstützung und die Anerkennung und für die Anerkennung. Ich frage mich, warum sie C16 nie wieder gebaut haben. Meine Entschuldigung, für dich nicht mehr zu spüren. Oh, es ist kein Problem. Hm. Der echte Grund, warum ich mich gefragt habe, ist eine Diskrepanz zwischen meinen Daten und deiner aktuellen Verhandlungen. Ich wollte persönlich re-evaluieren, dein Potenzial in der Kampf. Aber dank der Alterkation mit den Poachern, ist es noch nicht mehr so eine Neue. Oh, bleibst du nicht mal im Luwok, oder was? Oh, verlier ich ja, verlier ich dich ja als Zuschauerin jetzt. Aber viel Spaß, lass dich nicht zu sehr lecken, das, äh, zu feucht, mach die Finger, Flappip. Weißt du, diese, weißt du. Weißt du? Aber, mein Vater ist viel stärker. Hm. Wir sind nicht so anders, du und ich. Wir sind nicht? Lass uns zurück, für jetzt. The Doctor will be worried if we take too long. Right. Let's head back. Power 16 and I alike. Ja, du bist ja, Friesemäßig. How did it go? Exceptional. I am fully operational, thanks to you. Dank, gern geschehen. Nice job out there, boys. I heard you rounded up some Poachers. Bet you socked him something fierce, huh? What morons going up against the son of Goku and a giant android. Ha! It was nothing, really. Hm. I know. Why don't you stay for dinner? It's the least I can do to repay you for your well-to-day. Honestly, I haven't done anything. Oh, don't be silly. Make yourself at home and spend the night while you're at it. I'll phone your mother for you, okay? Okay. Okay. sure. Ah, geil! Die Frage, wo ich ihn, wo ich ihn reinschiebe, klang schon wieder falsch, aber... Gohan's at Bulma's? I was wondering where he'd run off to. Yep, she just called and said he's staying the night too. Her family's loaded. Gohan's probably having the feast of his life right now. Aren't you jealous, Goku? Well, sure. I love myself some good grub, but nothing beats your home-cooked meals. And if we're being honest, I'd choose them over any spread in the world. Oh, zack, jetzt zeugen sie Gohan. Äh, Goten, mein ich. Even if it's just flattery, oh, oh, I'm getting so embarrassed. Hardcore Super Saiyan 4, Sex. Grrrr, mit langem Schwanz vorne und hinten, Haare dran. Grrrr. Oh, ich brauch ne Freundin oder irgendwas in der Richtung, vielleicht auch aus Gummi, ich weiß es nicht. Nein, sowas darf ich nicht sagen, nicht, dass ich Post bekomme. Ich hab ja schon, die Brust hab ich ja schon. After having been dispatched to defeat the monster, known as Cell, the royal guard has been utterly decimated due to one of Cell's attacks. Anja, mir ist es durchaus bewusst, dass du, wenn du Schatz schreibst, nicht mich meinst. Ich fühl mich zwar geschmeichelt, aber ich verzei dir, dass er an oberster Stelle steht. Ich verzeihe dir. It'll be riddle back. Warum bringt er eigentlich Gohan nicht die Teleportation bei? Das verstehe ich auch nicht. Er könnte es ihm doch beibringen. Weißt du? Ist ja jetzt nicht so, dass Gohan nicht lernfähig wäre. Gerade was so Psychotechniken angeht. Er ist ja voll schlau. Der müsste das ja eigentlich beherrschen. Das sind alles so Fragen, die ich nicht verstehe. Weil in Dragon Boy Super ist es ja nicht mehr sein Signature-Move. Yo! Goku! Was ist es? Du denkst, du kannst dich zurückgehen, wie du schon warst, bevor du mit Kami verletzt hast? Du bist? Well, mit Kami verletzt hast du die Dragon Balls verletzt, richtig? Und ich will die Dragon Balls wünschen alle Menschen zurück, die von Kami verletzt hast. Sorry, aber es ist nicht wie ein Bistuch ein Bistuch. Wir sind zusammen, forever zusammen. Das ist genau warum ich so lange und hart darüber nachdenken bevor ich zu einer Entscheidung komme. Wow. Das muss man ein schwerer Begriff. Hm. Ich weiß. Vielleicht kann ich einen Namen der Neumechian Survivor kommen zu der Erde. Wenn er bleibt hier, wir haben einen neuen Guardian. Und du wißt, was das bedeutet. Die Dragon Balls wiederkommen, Baby! Das ist eine wunderbare Idee. Warte mal hier. Fingers crossed. Mit King Kai's Unterstützung, Goku managed to zero in on the Namekian Survivor's new homeworld. Upon arriving via Instant Transmission, Goku wurde ein Hero's Welcome by the planet's residents. Goku erklärt Earth's Predicament and ask the new Grand Elder Mori if he knew any candidates suited to becoming Earth's new guardian. As luck would have it, Mori knew just the person for the job. It was none other than... Dente! Dunderunderunderunderunderdente! Dente? Piccolo, it's been too long! Wait one second. I'll have Gohan and Krill in here in a jiffy. Let's see. What? Guys? Meet Earth's new guardian! Is that really you, Dente? It's been ages! Hey, can you believe, Blondie here is actually Gohan? Krillin! Gohan! It's great to see you two! Zu dem Zeitpunkt ist Mr. Popo stärker als Dende. Are you really going to be the new guardian? That's right! I'm really glad our paths could cross again. Dente, is it true that you can restore the Dragon Balls? Yes, I can. Making a new set would take about a hundred days. But if we use the inert set already on Earth, I should be able to have them working in no time. Really? That's perfect! We would then get three wishes, right? Same as on Namek? Yes! So, would we be able to wish... ...but not to people like last time? The Dragon Balls should be restored now. Wait, what? Already? Incredible. Looks like this little guy has some serious power. Alright, I'll round up all the Dragon Balls then. Gohan, consider your training complete. Kick back with Dende until the Cell Games start. Huh? B-but... Hey, don't worry. It'll be fine. Later! Man, I'm low on energy. Well, time to get looking. I sure hope the Dragon Balls really are back now. It's just hard to believe they could come back so easily. So. Jetzt habe ich ihm wieder eine kleine Freude gemacht, dem Bazi-Bub. Irgendwelche... Oh, ich kann Dragon Balls sammeln. Ui. Und eine Nebenmission. Ui. Das ist toll. Das ist fein. Ich mag jetzt ein Schnitzelein. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Oh, ich hab mal wieder so Bock auf ein XXL-Schnitzel. Es gab mal in Ingolstadt... Äh... Gibt's bei euch Schnitzel im Restaurant? Da, da, da ist ein Goldenes. I see you, I kill you. Mr. Juicy. All right! This has got to be some tasty meat. Might cause some trouble, lady. Best to deal with this now. All right. Let's do this. For this. For this. Ha! Ha! Hey, hey! Let me go! Hallo, Kati. Alter Zapfsäule, du. Geht's dir? You should train some more. Ja, sehr gut. Ich erzähl euch jetzt mal, was es in Ingolstadt gab. Es gab in Ingolstadt mal ein Schnitzelhaus. Da haben wir oft zum Mittag gegessen. Und da gab's verschiedene Arten von Schnitzel. Keine Ahnung. Hawaii-Schnitzel. Äh... Schafe-Schnitzel. XXL-Schnitzel. Schnitzel mit irgendwas drauf. Cordon Bleu und sowas. Äh... Und da gab es... Und das hab ich so geliebt. Ich hab mir das so oft bestellt. Ähm... Da gab es ein... Ein Bolognese-Schnitzel. Das war quasi ein Schnitzel. Ähm... Schnitzel ganz normal rausgebraten. Und dann noch irgendwie wohl in den Ofen. Mit Hackfleisch oben drauf. Das natürlich auch vorher gebraten wurde. Und das Hackfleisch selber war dann noch mit Käse überbacken. Oh, es gab nichts Geileres als dieses Bolognese-Schnitzel. Also da war jetzt keine Tomatensoße oder so. Das ist ja Quatsch. Aber mit Hackfleisch... Äh... Mit Hackfleisch und Käse überbacken. Boah, das war so episch. Und dann noch so mit ein bisschen Schärfe. Äh... Also da war auch gut Schärfe drin. Also es hat so... War so geil. Aber ich... Es gibt's einfach nirgendwo. Und das Schnitzelhaus, das hat zugemacht. Weil die irgendwie das nur nebenberuflich gemacht haben. Und dann hat sich das nicht regiert. Echt schade. Sowas will ich mal wieder essen. Hab ich mir schon überlegt, ob ich mir sowas selber mach. Aber so viel Aufwand will ich nicht betreiben. Du hast ein Geschenk bekommen? Vom Windhund? So ein... Äh... Schnitzel Bolognese. Also quasi ein paniertes... Schnitzel Wiener Art. Muss man ja sagen. Ist ja kein Original Wiener Schnitzel. Und dann mit Hackfleisch... Und Käse überbacken quasi nochmal. So geil. Ohne Scheiß. Sowas Geiles habt ihr noch nicht im Mund gehabt. Und dann noch irgendwie mit... Also wirklich scharf gewürzt und so. Dass es auch ein bisschen Schärfe hat. Oh Gott. Ich werde schon wieder ganz rattig. Mach'n der... Mach'n die Fettsack-Katze da unten. Wo ich da vorne ein Foto hab. Ich hab' lecker gesagt, ja. Es ist Arbeit, Mann. Ich mach' mir doch keinen Schnitzel. Selber. Und dann noch Hackfleisch. Das ist voll die Arbeit. Dafür geh' ich weg und zahl' dann auch Geld. Das ist es mir dann wert. Das war so lecker. Boah, ich hab' da so Bock drauf. Ohne Scheiß. Seit... Seit über einem Jahr. Daddy! Kann ich euch nur empfehlen. Müsst ihr mal ausprobieren im Restaurant oder so. Das sind Dinge, die kommen richtig gut an. Weil, also wirklich, das, äh... Weil das auch was anderes ist, als das, was man sonst so kennt. Hä? Hab' ich nicht grad' ne Nebenmission? Wohin soll ich mich begeben? Begib' dich auf der Weltkarte hierhin. Mitte des Kontinents... Bereich. Ah ja. Ja, kein Thema, wenn du mir das kochst. Aber halt, äh... Normaler Preis, bitte. Jetzt nicht... Nicht da ein 80 Euro für so'n Schnitzel verlangen. Aber wir haben schon... Was haben wir, glaub' ich, gezahlt? Ja, das waren... Also, das ist aber kein so'n normales Schnitzel. Das war schon Kaliber, weißt du? Also, bei anderen wär' das schon so'n XL-Schnitzel gewesen, ne? Und da haben wir dann schon... Das hat schon Geld gekostet. Ich glaub', wir waren schon bei 10, 11, 12 Euro. Salat noch dazu. Also, Kartoffelsalat konnte man aussuchen. Oder Pommes. Also, es war schon... Die haben eigentlich echt ein gutes Geschäft gemacht. Aber die haben einfach... Äh, die Zeit nicht dafür gehabt, den Laden aufrechtzuerhalten. Leider, leider. Ne, die Anfahrt bezahl' ich mit Sex. Sollte ja klar sein. Wenn du nach'm Kochen... Also, ich... Du musst... Das Ding ist, wer bei mir kochen will, der hat nochmal die Extra-Challenge. Du musst kochen, während ich dich von hinten rammel. Weißt du? Das ist nochmal so'ne Extra-Challenge bei mir. Das ist ja klar. Soll ja nicht einfach werden, weißt du? Du kriegst ne... Du kriegst ne Schürze... Ohne was drunter. Und, und, äh... Während du dann kochst, bin ich hinter dir und... Und rammel dann ständig rein. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel die... Äh, Angie mich nie besuchen kommt. Die hat... Die hat nämlich Angst davor. Gefällt zu werden, wie man so schön sagt. Wow, die Steine ist extra hart. Wow, die Steine ist extra hart.